Hallo und herzlich willkommen zu Walltech 00, der Übergangsfolge zwischen Contraption und Walltech, den beiden DLCs für Fallout. Die, die schon länger dabei sind, kennen den Drill ja schon. Für alle, die neu dabei sind, muss ich ganz klar sagen, dass diese Folge noch keine Inhalte des Walltech DLCs hat. Es ist noch vor Release. Wir bereiten uns jetzt auf den Walltech DLC vor, damit wir in der nächsten Folge direkt starten können. Und das machen wir jetzt auch. Das heißt, als erstes werden wir mal kurz unser Inventar managen. Das Wasteland Museum, das hier gerade im Entstehen ist, wird natürlich nicht einfach brach liegen gelassen. Wir werden das in den zukünftigen Folgen durchaus weiterbauen. Aber es kann ein bisschen dauern, wenn wir uns jetzt natürlich erst mal auf den Walltech DLC konzentrieren. So, ich packe jetzt mal alles hier noch in die Fahrhaberkiste, was ich noch so habe an Waffen, an Ausrüstung, Equipment. Genau, noch ein paar dekorative Objekte, die kommen schon noch, die werden schon noch verräumt. Ich muss bloß kurz schauen, diesen Offiziershut, genau. Der kommt nämlich in die Quest-Kiste für den späteren Quest-Bereich, wo die schönsten Quests einzeln ausgestellt werden. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist unsere Laser-Gattling? Beziehungsweise nehmen wir die Laser-Gattling überhaupt mit? Welche Waffen wollen wir denn mitnehmen in den neuen DLC? Endurteil. Ja, im Grunde nehme ich meine Laser-Gattling natürlich schon auch mit. Aber was nehmen wir denn noch? Was nehmen wir denn noch? Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie mit einem Flammwerfer gespielt. Ohne Witz, ich glaube, ich habe den noch nicht mal getestet oder so. Hm. Sergeant Ash ist doch schon mal cool. Vielleicht nehmen wir mal einen Flammwerfer mit. Als Zweitwaffe. Den modden wir jetzt gleich ein bisschen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, welchen Begleiter wir mitnehmen. So viel ich weiß, also ich will nicht zu viel spoilern jetzt. Ich habe mich selbst auch nicht sehr viel gespoilt. Aber so viel ich weiß, na gut, wie der Name schon sagt, handelt das Ganze von Vault-Tag. Also wir kriegen auch eine eigene Vault, das weiß man ja schon. Und wir treffen eine Ghoul-Dame, die wohl wichtig ist für die Quest, die Haupt-Quest-Geberin oder sowas. Deswegen habe ich als erstes an Hancock als Begleiter gedacht, weil ich mir dachte, ne, der ist immerhin Ghoul. Weil keine Ahnung, es ist wirklich schwer. Ich weiß wirklich nicht, wen ich sonst mitnehmen soll. Aber dann ist mir Curie eingefallen, weil Curie ist ja technisch gesehen eine Vault-Tag-Angestellte gewesen. Die war bis vor kurzem noch in der Vault. Insofern. Hm. So. Wo ist unser gepanzertes Kleid? Das würde mich interessieren. Das würde ich nämlich auch ganz gern mitnehmen. Ich hoffe, das habe ich einfach hier reingeworfen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das geheißen hat. Ah. Ah. Gepanzertes rotes Kleid. Sehr schön. Ist dazu wirklich auch unsere modische Brille drin. Wenn ich mir merken könnte, wie die wirklich heißt. Weil die heißt nicht modisch, aber so ähnlich. Äh. Äh. Ah. Doch, die heißt modische Brille. Na dann. Kleid, Brille, irgendwas fehlt. Ehering. Genau. Den Ehering habe ich natürlich aus sentimentalen Gründen immer eigentlich an. Immer dabei. So. Fertig ist sie. Sehr schön. Dann rüsten wir gleich mal noch die Waffen aus. Äh. Hopp. Falls ihr jetzt hier zum ersten Mal dabei seid. Äh. Nur zur zur Einordnung. Ich habe schon eine Reihe zu Fahrhaber und zu Contraptions gemacht. Die chronologisch aufeinander aufbauen. Also wenn ihr alles nachholen wollt, dann fangt mit Fahrhaber 00 an. Und dann geht's über Contraptions 00123 und so weiter. Bis zu eben dieser Folge. Na nun. Da oben steckt noch ein Gewehr. Das ist komisch. Das lagern wir. Können wir fürs nächste Mal gleich den maximalen Größebalken ein bisschen senden. So. Wir sind eigentlich fertig ausgerüstet. Dann steige ich mal jetzt in unsere Powerrüstung, die wir mitnehmen. Oh. Oder sollte ich vielleicht den Kryo, die Kryo Gun oder wie sie heißt mitnehmen. Weil die eine Voltec-Waffe ist. Ach. Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube wir fahren schon ganz gut mit den beiden. So. Ich muss jetzt kurz den Flammenwerfer mal benutzen. Weil ich habe den wirklich glaube ich noch nie benutzt. Okay. Damit habe ich gerechnet. Der hat aber nicht sehr viel Reichweite. Kann das sein? Ist das vielleicht ein Mod, den ich eingebaut habe, der das Ding irgendwie stärker, aber dafür reichweitenloser macht? Ich hätte gerne mal einen Gegner kurz, um den zu testen. Hallo? Hey. Keine Trefferchance. Hat der echt zu wenig Reichweite? Ist das im Endeffekt eine Nahkampfwaffe? Kann doch nicht sein. Gut. Vielleicht habe ich wirklich. Ich hätte mir vielleicht die Mods, die ich eingebaut habe, besser durchlesen sollen. Vielleicht hängt es damit zusammen. Aber dann habe ich halt jetzt als Nahkampfwaffe diesen Schweißbrenner oder so. Und als Fernkampfwaffe unsere gute alte Laser-Gattling. So, ich habe überhaupt keine Stimpacks und nichts dabei. Ich glaube, ich renne nochmal schnell zurück. Curie ist übrigens verschwunden. Ich habe nach der gesucht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Keine Ahnung. Aber ich hatte das Problem mit Curie schon ein paar Mal. Die hat bei mir irgendwie einen Bug. Egal, wo ich die hinschicke. Die geht immer nach Vault irgendwas mit 80. Diese eine Vault, die man treffen kann. Mit der man auch handeln kann. Also die Stadt quasi. Die Stadt-Walt. Ja, genau. Müssen wir mal schauen. Ja, von außen ist unser Museum nicht sehr schön. Aber das glaube ich passt schon. Das kriegen wir schon hin. Dass wir das auch von außen ein bisschen schmücken. Da deuten wir mit so LEDs vielleicht so Fenstereien oder sowas an. Ich weiß es noch nicht. Irgendwas machen wir vielleicht. So, ich hätte jetzt gern hier noch Stimpacks und Redex beziehungsweise Redaway eher. Weil ohne Stimpacks und Redaway sollte man echt nicht aus dem Haus gehen. Sonst ärgern wir uns nur. Ich weiß nicht, was uns da an Gegner und an Kämpfen erwartet. Aber lieber gut ausgerüstet in die Schlacht gehen. So, unsere ganzen Stimpacks. An den Redaways sind wir schon vorbei. Ich nehme auch mal Redex mit, aber nicht so viele. Vielleicht vielleicht 20. Genauso Redaway. Auch nicht so viele, sonst sind wir gleich wieder so überladen. Auch mal 20. Das reicht bestimmt eine Zeit lang. Sehr gut. Und jetzt schauen wir mal nach Vault irgendwas mit 80. Wo war die gleich nochmal? Die müsste doch auch irgendwie... Achso, ich habe mich gerade ganz falsch orientiert. Wir müssen hier weiter unten, glaube ich, gucken. Ah ja, da ist sie. Vault 81. Gut, dann schauen wir da mal hin. Die Rust Devil Rüstung. Die haben eben aber auch so einen Augenbot-Helm. Ich weiß nicht, wo ich den Augenbot-Helm her hatte. Und ich finde ihn leider nicht mehr, aber irgendwo musste er sein. Ich habe den hundertprozentig schon im Inventar gehabt. Der fehlt nämlich, finde ich, in der Ausstellung zu den Rust Devils. Ziemlich. Nicht Dust Devils. So. Jetzt hoffe ich, dass Curie da wirklich einfach in der Krankenstation steht. Weil ich bin gespannt. Curie könnte wirklich irgendwas zu sagen zu haben. Weil die ja, bis ich sie geholt habe, auch in Experiment von Vault-Tec involviert war. Die könnte vielleicht echt da mitreden. Mir fällt zumindest wirklich kein besser geeigneter Begleiter ein. Wenn ihr einen wisst, könnt ihr sie noch in die Kommentare schreiben. Aber wahrscheinlich wird Curie. So. Jetzt muss ich mich hier erstmal wieder orientieren. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Wir müssen erstmal mit dem Aufzug auf jeden Fall nach unten fahren. Ich packe mal die Waffe weg und mache mal das Licht an. So. Ich weiß nicht, ob es den Bug immer noch gibt, aber hier drin ist es mir mal passiert, dass ein Begleiter, als ich ihn angesprochen habe, durch den Boden durchgefallen ist und dann war weg. Moment, ich bin glaube ich durch den Boden durchgefallen. Ist schon lange her. Ich kann mich nicht mehr erinnern. So. Vault 81. Wo ist jetzt hier die Krankenstation? Wahrscheinlich irgendwo hier. Ich glaube wirklich, die war irgendwo da auf dem Untergeschoss, oder? Bist du Curry? Na, Gott sei Dank. Ich würde gerne noch etwas länger mit dir reisen. Dann sollten wir aufbrechen. Dann sollten wir aufbrechen. Okay. Cool. Haben wir sie gleich gefunden. Ist echt komisch. Ich weiß nicht, ob dieser Bug weit verbreitet ist, aber das ist bei mir eigentlich immer so. Egal, wo ich sie hinschicke, sie geht immer wieder hierher zurück. Aber solange man sich darauf verlassen kann, ist es ja halb so schlimm. Schlimm wäre es, wenn sie wirklich verschwunden wäre. Aber als das zum ersten Mal passiert ist, habe ich glaube ich wirklich zwei Tage lang das Spiel nicht mehr weitergespielt, sondern habe nur nach ihr gesucht. Ich war sogar schon in Vault 81, aber war dann in diesem Dungeon-Bereich, in dieser Krankenstation, wo man sie findet, wo man sie zum ersten Mal trifft. Und da war sie nicht. Und dann bin ich wieder gegangen und habe wieder sonst irgendwo meine ganzen Settlements durchsucht. Bis ich dann irgendwo gelesen habe, dass man in eben der Krankenstation von Vault 81 gucken muss. Oder soll. Und da war sie dann Gott sei Dank auch tatsächlich. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir glaube ich trotzdem noch mal nach Spectacle Island schauen, weil ich glaube, dass da... Ah, ja, das ist jetzt die Frage. Da müssen wir jetzt mal schauen. Ich glaube, in Spectacle Island ist nämlich Nick Valentine gerade mit unserer traditionellen Begleiterrüstung unterwegs, dieser Flammenrüstung mit dem Jetpack. aber ich könnte auch für Curry vielleicht eine eigene machen einfach. Weil ich gebe meinen Begleitern immer gern die Rüstung mit Jetpack, weil wenn ich dann wirklich mal ein Jetpack brauche, dann kann man schnell Rüstung tauschen und dann fliege ich irgendwo hoch und die Begleiter teleportieren sich dann eh hinterher. Aber in Wirklichkeit braucht man es halt doch nie beziehungsweise ist es mir nie wert, dieses Rüstungsgewechsel irgendwie durchzuführen. deswegen keine Ahnung, ob wir das wirklich machen. Aber jetzt schauen wir mal. Vielleicht suchen wir einfach eine neue aus beziehungsweise Longfellow steht in Longfellows Hütte mit der zweiten X01 Rüstung, die ich hätte, die aber eigentlich ins Museum gehört. Aber das Museum ist Zukunftsmusik jetzt. Ah ja, hier sind ein paar Teile von der neuen Wime Rüstung. Vielleicht gebe ich ja auch die Pinke, die Hot Pink Stealth Rüstung. Wäre auch nicht schlecht, aber ich muss jetzt echt mal nichts suchen. Sind da noch Comicbücher drin? Achso, nee, das sind die Lampen. Okay, ich habe hier nämlich ausgeräumt, damit das dann alles ins Museum kommt. Das Museum ist wie gesagt nicht auf Eis gelegt. Wir haben ja auch während den, äh, nur auf Eis gelegt, nicht irgendwie abgeschrieben. Wir haben doch auch während des Contraption DLCs die letzten Locations von Far Harbor noch durchsucht in Zwischenfolgen. Und so werden wir es auch jetzt hier im Vault-Tag machen. Im Vault-Tag DLC. So, dass es hier ein bisschen lange dauert, bis die ganzen Bewohner kommen, weil die über die ganze Insel verteilt sind, setze ich mich mal hier auf den Stuhl und warte einfach eine Stunde. Dann sind sie normalerweise alle da. Ähm, aus irgendeinem Grund kann ich nicht warten. Alle Systeme bereit? Versteht ihr? Bereit? Ach, weil ich im Dialogen mit dem bin. So, jetzt kann ich warten. Wow. So, mal schauen. Hm, ich sehe keinen Nick, aber ich habe den, glaube ich, ziemlich... Ah, da ist er. Nick. So, ich glaube, ich muss ihn jetzt mitnehmen, damit ich ihm sagen kann, dass er aus der Rüstung gehen soll. Hättest du Lust, gemeinsam zu reisen? Mit dir? Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Gehen wir. Gut. Gehen wir. Du bist ein Wunder. Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. So, jetzt sage ich zu ihr zwar vorsichtshalber trotzdem, sie soll hier in, in, ach so, in Spectacle Island, will ich sie eigentlich haben. Weil vielleicht wurde er inzwischen schon gepatcht. Vielleicht geht sie ja inzwischen. Ich finde es nur gerade nicht. Ah, hier. Ich sage mal, sie soll hier bleiben. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich hoffe einfach, ich erwische sie nämlich rechtzeitig noch. So, Nick, schnell reden. Powerrüstung verlassen. Na klar doch. Okay, und jetzt Curry einholen. Die ist doch gerade in die Richtung losgelaufen, oder? Ah, da vorne rennen sie. Nein, stehen bleiben. Also. Moment, die rennt in die Kneipe. Was muss sie denn in der Kneipe so dringend erledigen? Ähm, ja. Ich würde gerne noch etwas länger mit dir reisen. Dann sollten wir aufbrechen. Tja, jetzt hängen wir hier im Dialog fest. Aber geht schon. So, Ada versperrt hier den Weg für alle anderen. Schön, ich habe zum Glück den Seitenausgang gemacht, genau für solche Fälle. Ach so, jetzt muss ich Nick wieder irgendwo hin schicken. Schicken. Ich finde es schon cool, dass die sich abends immer alle in der Kneipe versammeln. Aber, oder davor, wenn Ada den Weg versperrt. So. Hier müssten jetzt die beiden Powerrüstungen stehen bei der Glocke. So, Kyrie, wo bist du? Naja, ich steige mal in meine an. Hoffentlich kommen sie dann in der Zeit. Tjo. Ich glaube, Glocke läuten hilft da auch nichts. Ich muss mal zurück. Wahrscheinlich ist sie irgendwo hängen geblieben oder so. Diese Begleiter-KI. So, schauen wir mal. Jetzt reden gerade wieder alle gleichzeitig. Manchmal ist das Spiel so, so kaputt. Wenn man einen Roboter kaltstellen will, muss man ihn in die Fusionsbatterie rausreißen. Menschen machen Roboter. Ich finde keine Kyrie. Also. Ah, da unten steht sie. Beim Bären. Beim Bärchen. Aber Nick lässt mich nicht raus. Ich hätte vielleicht so ein großes Scheuntor machen sollen. Aber das gab es zu der Zeit, als ich das gebaut habe, noch gar nicht. So, Kyrie, halt. Jetzt bleib doch mal hier. Hey, du brauchst etwas, oder? So. Und jetzt gehen wir zurück und ich befehle ihr, in die Rüstung zu steigen und dann funktioniert es hoffentlich. So, jetzt bin ich gespannt, ob sie kommt. Ja, da läuft sie schon. Yay. Wird sie einsteigen können, das ist immer eine Herausforderung für die KI, aber es sieht ganz gut aus. Ja, sie hat es geschafft. Ich bin stolz auf sie. Gut gemacht. So, sehr schön. Jetzt müssen wir für sie aber natürlich auch noch eine ordentliche Waffe rauskramen. Ich hatte ja früher hier oben mein Waffenlager, aber ich habe das fürs Museum jetzt mal alles vorübergehend leer geplündert. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück ins Museum und schauen mal, welche Waffe Kyrie kriegt. Was passt denn zur Kyrie? Das ist ein bisschen schwierig. Die war früher ein Mr. Handy. oder eine Mrs. Nursery oder wie die heißen. Ah, es gibt so ein Mr. Handy Sägeblatt als Nahkampfwaffe. Das wäre doch irgendwie geeignet für sie. Das ist doch eigentlich ganz cool. Und? Ja, und einfach irgendein fettes Plasmagewehr oder so. Dann ist sie schon gut ausgerüstet. Ich glaube, so machen wir es. Ich hoffe, dass Nick nicht immer noch die ganze Plasmamunition hat. Die habe ich ihm nämlich mal gegeben. Da hätte ich vielleicht gucken können, aber jetzt ist es zu spät. Ich bin schon gespannt auf den Vault-Tec-DLC. Ich freue mich auch schon richtig drauf. Es wird jetzt echt mal Zeit für was Neues. Mir hat das Bauen schon Spaß gemacht. Die Fabrik am Anfang war schon cool, aber vor allem das Museum hat mir jetzt echt gefallen irgendwie. Aber jetzt wieder ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Abenteuer. Ist schon ganz cool. Weil ich habe es bestimmt schon hundertmal erwähnt, aber es wird ja eine kleine Quest-Reihe geben, bevor man wirklich die Vault dann hat, in der man dann wieder baut. Okay. Curry. Curry. Ich befürchte, ich habe nur einen Mr. Handy Arm. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich nur einen Mr. Handy Arm habe. Der ist oben bei den Rust Devils ausgestellt. Das heißt, dass wir den da wieder von der Wand kratzen müssen. Erstmal fürs Erste. Dürfen wir nur nicht vergessen, dass wir den hier wieder aufhängen. So. Und genau, dann schauen wir noch runter zu den Plasma-Sachen. Verdammt. Ja, ich glaube, ein Plasma-Gewehr ist eine gute Idee, oder? Eine Nahkampfwaffe, weil ich glaube, sie ist eine Nahkämpferin, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht kriegt sie gar nichts anderes. Ach doch, komm, so ein Plasma-Gewehr. Ach nein. Was habe ich denn jetzt gemacht? So ein Plasma-Gewehr ist schon cool. Ist schon drin. Experiment 18a. Warum nicht? Dann kriegt sie das. Gehen wir noch an die Workbank? An die Workbank? Ach, verdammt. Müssen wir erst mal wieder raussteigen. Ich finde es aber lustig, wenn wir unsere Haare rausploppen. So, Experiment 18a. Mal schauen, ob die schon optimiert ist. Ne, da kann man noch ein bisschen hochschrauben. Dann machen wir das nämlich. Was haben wir hier? Was ist da der Unterschied? Überlegene Feuerrate, verbesserte Schaden und sowas. Ich nehme lieber das hier. Ich bin immer mehr auf... Ich baue immer im Grunde Scharfschützengewehre, die ich dann im Nahkampf benutze, weil ich dadurch einfach ziemlich viel Munition spare. So, die kriegt auch ein ordentliches Zielfernrohr. Ist schon okay. Und die Mr. Handy-Klinge habe ich schon maximiert. So, jetzt müssten wir nur Curry wiederfinden, die sonst irgendwo ist. Ist immer problematisch mit den Begleitern. Ich habe ein bisschen Angst, dass die im Museum irgendwo hängt und mir schon wieder die Schaukästen ausräumt versehentlich, weil sie einfach durchrennt oder sich durchteleportiert. Hm, aber ich kann sie echt nirgends finden. Vielleicht ist sie noch oben irgendwo. Ah, da steht sie. Oh, die ist noch voll beladen mit Zeugs. Wollt sie denn das her? Ah, sie hat einen Super-Sledgehammer bis jetzt. Okay. Oh Mann, ey, ich muss die erstmal ausleeren. Ich habe total vergessen, die beim letzten Mal anscheinend auszuräumen. Okay, jetzt kriegt sie erstmal ihr Plasma-Gewehr, falls sie das benutzen will, und ihre Mr. Handy-Klinge. Das Plasma-Gewehr mit was schießt das denn? Mit so Energiezellen. Munition. Schauen wir mal ganz oben. Ich glaube, wenn ich sie sehe, dann weiß ich es. Ah ja, normale Fusionszellen, das dürften die richtigen sein. Ich gebe einfach mal sehr viele, 600, irgendwas. da dürfte sie ein bisschen damit rumschießen können. Ich hoffe, das sind die richtigen Munitionsdinger, aber ich glaube schon. Ach so, nee, warte mal. Sie braucht diese Plasma-Dinger selbstverständlich. Dann kriegt sie von denen eben einige und soll mir die anderen wieder zurückgeben. Genau. Okay, dann her mit deinem ganzen Schrott und mit deinen Kleidungsstücken. Ach so, die Lederkombi hatte sie ja jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, einfach ganz normal an. Als Kleidung, die kann sie sich behalten. Was hat denn Curry für Standardkleidung? Ich nehme sie mal weg. Bin gespannt, was Curry anhat, wenn man ihr alles wegnimmt. Und auch den Super Sledgehammer muss ich dir leider nehmen. Er ist zwar viel besser als diese Mr. Handy-Klinge, aber die Mr. Handy-Klinge passt thematisch einfach so gut zu dir. Aber sie nimmt eh lieber dieses Gewehr. Nimm trotzdem Mr. Handy-Klinge. Yay! Ach, da fühlst du dich doch wieder wie in deinem Roboter-Körper, oder? Ist das nicht schön? Bestimmt. Okay, jetzt stecke ich hier fest. So. Gut, jetzt lass mich überlegen. Ich räume das Inventar noch aus. Gesamten Schrott lagern, aber auch der Super Sledgehammer kommt weg. Und hier das ganze Zeug, die ganzen Kleidungsstücke, die wir nicht brauchen. Hilfsmittel behalte ich jetzt mal. Ah, gut, dass ich nochmal nachgucke. Die ganzen Mods, die müllen mir immer das Inventar zu und ich wundere mich, warum ich nichts mehr tragen kann und habe wieder 100 Mods, weil ich rumgebastelt habe und nicht aufgepasst habe. So, sehr schön. Ich glaube, dann sind wir im Grunde fertig, oder? Dann sind wir im Grunde bereit für den Vault-Tec-Mod. Ich habe keine Ahnung, wo auf der Karte das Ganze stattfinden wird. Das heißt, ich kann mich jetzt auch nirgends hin teleportieren, dass wir gleich in der Nähe sind. Das müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Aber lasst mich nochmal überlegen. Ich bin ausgerüstet, auch meine Begleiterin ist ausgerüstet, Inventar ist aufgeräumt. Wir sind in Power-Rüstungen, haben Geld, haben Rohstoffe. Ja, ich glaube, es passt alles. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Wenn es euch gefallen hat, like doch bitte das Video und abonniert vielleicht den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ihr seid hoffentlich in der nächsten Folge Vault-Tec-01 mit dabei. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.